Ach, ist das nervig, ey. Heute mit dem Internet, das spinnt irgendwie ein bisschen rum. Also, falls ihr das jetzt nicht gesehen habt, was passiert ist, also, ja, wir waren jetzt in dieser Hütte, in den Schuppen, werbe weniger, und der Fernseher, Gia hat den Fernseher angetippt, und da hat sich gezeigt, aha, der Fernseher schickt hier diese Wellen, und wir wurden dann von Margaret gewaltsam in diese Welt gezogen. Und da haben wir diese interessanten Statuen gesehen, die hier rumstehen. Ja, das war sehr impolite, wirklich. Ja, sie ist mein Schatz. Ja. Ja, das sollst du gerne mal wissen, ne? Forgive me for not introducing myself sooner. I'm Margaret. Ja, aber es war trotzdem sehr, sehr grob, wie du uns da hineingezerrt hast, ne? Ja, natürlich. Ich meine, sie begleitet mich schon die ganze Zeit hier. Glaubt mir einfach mal, ne? Wegen Marie? Oh ja. Du hast tatsächlich darum gebeten, zu Marie gebracht zu werden. Ist sie etwa hier? Okay. Das verschlossene Reich, okay. Warum? Das ist die große Frage. Ja, genau die. Ja, das ist jetzt ihre einzige Charaktereigenschaft, aber okay. Was bedeutet sie hier? Und was war das über ihre Erinnerung? Emi-Chan hat Amnesia? Mhm. Mhm. Naja. Okay. Also wirklich eine abgetrennte Story in der Hinsicht. Aber sie sieht schon mal schick aus, muss man ehrlich mal sagen, hier, ne? Sie kam hier herzlich willkommen. Und das bedeutet, dass Marie-San auch die Persona-Abilität hat? Nein. Marie ist eigentlich ein Residenz von dieser Seite. Mhm. Was für ein Kind von Mädchen warst du in der Stadt? Mhm. Mhm. So, da bin ich wieder. Also, ich entschuldige mich. Ich hatte gerade irgendwie Internetprobleme. Das ist natürlich sehr ungünstig, dass das irgendwie jetzt gerade mit einer Zwischensequenz passiert ist. Also, ich habe mir das mal angeguckt. Vom Prinzip her habt ihr da jetzt nicht viel verpasst. Also, Vom Prinzip her, Margaret hat mich halt gerade reingezogen. Ja. Oder hat uns reingezogen. Dann haben wir halt diese Figuren gesehen jetzt hier. Und jetzt, ja, den Dialog haben wir jetzt vollständig mitbekommen. Aber, ja, das ist halt das Problem. Also, jetzt, ich werde es dann einfach bei YouTube so zusammenschneiden, dass es wieder Sinn ergibt oder so. Aber es ist halt, ähm, ja. Obwohl, es ist halt, ja, es ist jetzt ein bisschen ärgerlich wegen einer Zwischensequenz. Aber sowas kann halt passieren, wenn man streamt. Keine Ahnung, was da gerade los war. Gut, also, er hat recht, ähm, er hat recht, würde sie von, äh, Schatten angegriffen, genau. Ich will nicht sagen, dass sie nicht in Gefahr ist. Aber das Gleiche geht für dich. Wenn du vorstiegst und suchst für Marie, musst du eine adäquate Resolution haben. Ah, okay, dann, was ist denn so gefährlich? Der Weg vorstieg wird verlänglich sein. Du alleine wirst nicht, sie zu erreichen. Wenn du sie wieder sehen möchtest, dann, dann ist es meine Rolle, um dir zu helfen. Ja, und wie willst du das machen? Erklär mal. Und um das zu tun, habe ich entschieden, alle, die dich auf dem Weg hierher entführt haben, hier. Ich verstehe. Oder meins jetzt unsere Gruppe. Obwohl es auch lustig wäre, wenn Margot einfach jetzt wahllos irgendwelche Leute aus ihren Wohnzimmern ziehen würde. Ich habe mich gefragt, warum du nicht nur unseren Liedern hierher bringst. Jetzt verstehe ich es. Du hast uns alle Informationen gelegt und lässt uns, was von hier zu tun tun. Exakt. Also wir werden aber eigentlich zu unserem Glück gezwungen. Ich meine, was anderes können wir jetzt ja nicht machen, außer Ja zu sagen. The human mind contains more than shadows. I believe you all witnessed that in your last battle. Are you talking about those things, that came out of Namatame and Adachi-san? Ah, okay, interessant. Jetzt werden ja noch die anderen Aspekte von Persona gezeigt oder offenbar. Das ist ja nicht sehr interessant. Ja, also auch andere Konzepte, ja. Also gerade bei anderen Personateilen. Also ich sage mal so, Persona 4 ist ja schon anders, was so Schatten betrifft, als zum Beispiel Persona 5 oder Persona 3. Deswegen interessant, dass man das hier so ummodelt. Es ist nicht wichtig, wie du es wählst, wie du es interpretieren möchtest. Okay, das ist nett, schön, dass du an uns glaubst. Das ist ja schon mal was. Okay. Also, ah, es gibt wieder ein Zeitlimit, ja. Ich verstehe. Wahrscheinlich Ende Februar oder so. Es wird so sein, dass kleine Zeit bleibt, bevor die holle Forst sich selbst vollständig ist. Als das Zeitpunkt passierte, wird dieses Ort forever geöffnet werden. Und du wirst niemals wieder hier wieder besitzen. Ja, das klingt sehr traurig. Hm. Also wird sie komplett vaporisiert oder was? Tja, nur dann. Also klassische Rettungsmission, würde ich mal sagen, ne. Wir verlieren unsere Rettungsmissionen. Was zur Hölle bist du da? Oh, sie wird nur auf und von unseren Händen wegziehen? Ja. Ich werde sie nicht vergessen. Erzähl mir mehr. Erklär dich. Es ist genau so, wie ich gesagt habe. Die Schlussfolgerung dieser Forst markt das Fakt von Maries Erasure. Any memories you have of Marie will disappear and you will return to your peaceful days. Nein! This doesn't make sense! Ja, also, ne. Rettungsmission starten, würde ich mal sagen, ne. Nicht lange rumstehen. Aber da geht's ja. Ich habe nur gekommen, um meine Erklärung zu erfüllen. Was du... Ich habe einen Link von der Telefon in der Mountaincabin gemacht, in dieser Welt. Ich finde es interessant, also ich dachte wirklich, es dauert dann noch, bis der Skiurlaub vorbei ist. Ich finde es interessant, dass wir in unserem Urlaub eigentlich da hineingezogen wurden, mehr oder weniger. Das ist die einzige Konduit, durch die du diesen Ort reingezogen kannst. Ja. Hm? Also, wir können hier nicht durch die TV in Juness? Genau. Okay, interessant. Und das heißt, wir haben nur einen Tag Zeit oder was? Also, oder wir müssen den Urlaub noch ein bisschen länger buchen, ne? Hm. Ich kann nicht die anderen Pläne von hier riechen. Es ist wirklich nicht verbunden. Ja. Also, ist das so ein Pay-Kanal, sozusagen, ne? Ja, also, jetzt kommst du auch wieder rein. Bei mir hat sich irgendwie verbuggst, seit ich die Verbindung verloren habe. Ja. Also, ich habe jetzt auch gerade noch meine Route neu gestartet. Äh, ich weiß jetzt nicht, was da los war. Ja, also, das ist jetzt schon zweimal irgendwie, es ist halt nervig, weil so, so kleiner, ein paar Sekunden von der Zwischensequenz haben jetzt gefehlt, ja? Und auch vorhin, wo Riese, äh, ihre Persona nochmal weiterentwickelt hat, hat auch ein kleines Stück gefehlt, aber dafür kann die da noch nichts. Das kann halt passieren, wenn man streamt, das dann auch manchmal das Internet abkratzt, ja? Äh, äh, äußerst ungünstig, aber, naja, ist wie es ist. Es ist keine Neuheit, um dich zu denken, dass du deine Leben für sie riskieren musst. Ich bin sicher, dass sie das auch nicht wünscht würde. Ah, Marie möchte, dass wir sie einfach komplett vergessen und das einfach alles ignorieren, was sie bis jetzt aufgebaut haben. Ne, machen wir nicht. Jetzt, wenn du mich entschuldigen würdest. Hey, 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 warte! Da steht er einfach rum. Es ist eine TV, der gleiche Typ als der in der Kabin. Naja. Es ist auch sehr, sehr klein und sehr schmal, also da durchzupassen, ne? So, jetzt, was? Was noch? Die Marie-Chicke ist hier drin, richtig? Ja. Wenn sie in Gefahr, von Schäden zu werden, dann müssen wir in da und sie finden. Hör auf, es könnte nicht so einfach sein. Lass uns jetzt für jetzt, auf jeden Fall. Wir können nicht so schlussend rufen, so plötzlich. Ja, oder wir könnten schon mal ein bisschen reinschnuppern, könnten auch machen. Ja, plus, wir sind total nicht bereit, richtig? Aber was ist denn eigentlich damit einkaufen? Ich meine, wir haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwelche Rüstungen oder Items oder sonstiges zu kaufen. Ungünstig. Au, oh, oh, who was pushing me? Shut it. There are eight of us and it's a tiny frickin TV. Tja, ich habe meine Kopfschmerzen. Willst du es bemerken? Äh, nein. Was haben ihr euch für eine Klaue? Komm schon, komm! Wir haben ein Gespräch zu halten! Wir machen es? Was wollen wir darüber sprechen? Äh, die Mission ist klar, ne? Äh, ich weiß nicht. Aber wir haben immer eine, oder? Ich glaube, sie wollte nur derjenige sagen. Ja, ich würde wirklich mit meinem Kopf schlafen, wenn Chia-Senpai mit guten Plänen kommt. Hör auf! Das ist verrückt, du weißt! Aber trotzdem, das war eine Überraschung. Du weißt, das ganze Marie-Being-From-The-Other-Side-Thing? Warte, also der TV-Welt ist der Welt der menschlichen Geist, oder? Es ist nicht wirklich ein Ende. Ich konnte es gar nicht sagen. Sorry, dass ich nichts gesagt habe. Ich muss ja nicht mal alles erzählen. Jeder hat seine Geheimnisse, ne? Ich hatte natürlich nie Zeit, äh, was soll ich zu sagen. Ich war so damit beschäftigt, die Leute kennenzulernen und die Welt zu retten, ja. Also... Haha, niemand schlägt, Mann. Wenn du sie versucht hast, zu erinnern, wie, oh, sie ist aus einer anderen Welt, dann könnte die Frage auf meinem Kopf aus Orbit sehen werden. Das Problem hier ist Marie-Sans Motiv. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit dem Kampf. Es wird irgendwas mit dem Kampf zu tun haben, ne? Warum würde sie ihre Leben riskieren, sich in einem Ort wie das? Hm. Ich könnte es sehen, wenn sie sich in den Kampf zu retten, wie wir waren, aber... warum würde sie das zu ihr selbst tun? Es ist also sowas Traumatisches, dass sie sich selbst vernichten möchte, weil sie irgendwie mit Erinnerungen nicht leben kann, irgendwie sowas, ne? Ähm... Ihr Gedächtnis ist der Schlüssel, komm, natürlich. Ja, die blöde Frau sagte, dass sie ihre Erinnerung verloren hat. Vielleicht hat sie etwas erinnern, was sie das gemacht hat. Hey, ich habe gerade etwas gedacht. Wenn sie die Welt entlangt, wird sie aus unserer Erinnerungen, richtig? Hm. Ist das das gleiche als sterben? Ja, vielleicht ist es sogar noch etwas Schlimmeres als sterben, ne? Ich meine, wenn die Erinnerung einer Person komplett ausgelöscht wird, dann existiert die Person ja fast gar nicht mehr so, ne? Das ist ja fast noch schlimmer, eigentlich. W-Wait. Du meinst, sie versucht zu... Ich... ich weiß nicht, aber es fühlt sich so an mir. Na dann, los, dann muss man... Sie will, sich zu töten und uns über sie verletzen? Sie hat ihre eigene Existenz? Ja, scheinbar. Ich denke, Emi-Chan ist wie ich. Ja, sie saß ja gleich eine Verbindung zu ihr. Ähm... Ich meine, schön, dass wir ihr da auch wirklich helfen oder sowas, ne? Also ich fand ja den Searchling von Marie eigentlich auch sehr interessant, ne? Ich fand's ein bisschen schade, also, dass sie nicht so gut in die Hauptstory mit eingebunden war. Also... Na gut, man hat sie halt immer mal im Velvetrum rumsitzen sehen oder vor dem Velvetrum stehen sehen, aber das war's dann leider auch schon, ne? Also ich hätte das schon cool gefunden, wenn es noch ein paar mehr Sequenzen mit ihr gegeben hätte in der Hauptstory, ja. Ich war wirklich Angst, wenn ich nicht herausfinden konnte, wer ich war. Wenn ich endlich herausgefunden habe, dass ich ein Schild war... Es war traumatisch. Ich denke nicht, dass Emi-Chan ein Schild ist, aber ich denke, dass sie das gleiche fühlt, wie ich habe. Dass sie... ... nicht existieren sollte. Ui. Teddy... Ja, ich denke das auch. Ich kann irgendwie verstehen, wie sie fühlt. Tja, was sind die Optionen umdrehen und ignorieren? Na, auf keinen Fall. Also... ... ich fühle mich, dass es etwas falsch ist. Wenn ich nicht alle von euch kennengelernt hätte, hätte ich das gleiche als sie. Ja. 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 Wir sind alle so. Wir sind alle so. Wir sind alle irgendwie ein bisschen kaputt, ne? Tja, genau. Wir sind alle so. Wir sind alle irgendwie ein bisschen kaputt, ne? Deswegen haben wir für ein tolles Motiv zu helfen, aber wie gesagt, klar helfen wir. Also... ... wie viel wir uns selbst lieben konnten, konnten wir es aufnehmen und es akzeptieren. Weil... ... wir liebte Freunde. Ja. Ich weiß das jetzt. Es gibt nichts, was man Angst hat. Wir sind die Einzelne, die schützen können Marie-Chan. Ja. Wenn sie wirklich die gleiche, wie wir waren, müssen wir sie verhören. Ja. Das ist das, dann. Wir sollten genau wissen, was wir erst verstehen. Es ist besser, alles zu wissen, als zu nichts wissen. Du weißt, es wird zumindest etwas leichter machen. Ja, aber was willst du denn erfahren? Wir können Margot halt ein bisschen ausfragen. Mehr gibt es ja da gar nicht zu wissen. Also... ... wir sollten einen Tag zu erinnern. Ja. Teddy, Risei-San. Könntest du diese Welt aus dem übrigen Ort? Natürlich aus dem übrigen Ort. Die resten von uns sollten bleiben, um die Exploration zu vorbereiten. Wenn es da gibt, dann können wir es nicht zu erinnern. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Ausrüstung gekauft. Oder irgendwelche Items, ne? Ich hoffe, dass es mit mir nichts zum Verhängnis ist, irgendwie. All right, let's do this! Oh, this takes me back. Even though it hasn't been that long since we finished the other stuff. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, so lange ist es echt nicht her. Okay, das klingt so falsch auf so vielen Ebenen. Also... My super ultra mega hyper uber teddy nose can pick up even the slightest scent. Hmm... But... This skill is not without its drawbacks. After 3 minutes I get just an ungodly amount of snot. Danke schön für diese detaillierte Beschreibung. Eww! Was? Hey, don't damage the bear before Showtime. The least he's actually useful in a fight. How rude! What do you mean at least? Boah, warum sind die alle so zickig zueinander, weil meine Fresse eher ist. Also doch. Da fahren wir jetzt jedes Mal in das Skigebiet zurück oder was. Erinnern sich daran, wie es früher war. Laut Margaret bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die andere Welt sich schließt. Ihr müsst Marie möglichst schnell finden, sonst seht ihr sie nie wieder. Ihr sorgt euch zwar um Marie, doch zunächst müsst ihr euch einen Überblick über die Lage verschaffen. Ihr kehrt zurück zur Skihütte und packt eure Sachen, um wieder nach Hause zu fahren. Wow, das wird teuer. Jedes Mal dann in das Skigebiet fahren, es sei denn direkt um die Ecke. Heute solltet ihr über die gestrigen Ereignisse reden. Macht die schnell auf den Weg zur Schule. Ja, dann lasst mal drüber reden. Schön, da hat jemand einen Schneemann gebaut. Wunderschön. Hätten uns so drinnen treffen können, ne? In meinem Zimmer oder so. Erstens, lasst mich, zu informieren. Just in case, I've checked for missing people in the local jurisdiction to see if anyone may have wandered in there. Zero results. There are no missing person requests either. It seems that this place really doesn't have anything to do with our previous case. Hey, no fair! You said to rest, and yet you went and did research. But I went and checked the newspaper too. I looked for any news of missing people, but there wasn't any. I tried to ask our suppliers and customers if there was anything going on, but there aren't any rumors. Tja, ich sag doch, wir finden keine Informationen. Wir müssen die Informationen in der Welt finden, ne? In der Schattenwelt. Ditto. Ich habe gefragt, ob ich an Arbeit war, ob ich nichts mit tun habe. Ich kann nicht überraschieren, dass die Hausfrau-Wifennetwork nicht mehr. Ja, ich versuche mit einigen alten Pongen zu sprechen, aber dann nicht Jack. Hausfrau-Netzwerke, das ist wie so eine Mafia-Ehe, wirst du? Ja, ehrlich mal. Nix, so. Ich fühle mich, dass das hollene Wald sehr weit entfernt ist, aber das ist es. Ich konnte überhaupt nicht Emi-Chan's Präsenz sehen. Das Ort, das ist großartig. Ich bin glücklich, dass wir nicht einfach in den Ebenen sind, ohne sich sicher, dass wir bereit waren. Die Hollow Forest, hm? Ist das Ort auch von der Person in der sich beeinflusst? Wenn das so ist, dann hat Marie-Chan diese Bereich gemacht? Bestimmt. Hollow Forest. Wir haben das schon vorher gehört. In der letzten Krieg, nicht wahr? Ist das so? Ich habe mich gefragt, ob es das gleiche ist. Amano Sagiri hat es erwähnt. Ist das so? Habe ich, ist völlig einmal vorbeigegangen. Der Ort, der die Menschen, die die Wunschungen und die Wunschungen der Menschen antworten, und die Wunschungen der Menschen antworten. Hör auf. Hör auf, sagst du, dass die Bildung in Marie-Chan's Minder ist die gleiche Kraft, die dieses Monster erschaffen hat? Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Well, wer ist sie genau? Unsere Objektiv ist, sie zu retten. Aber es scheint nicht, dass Dinge da enden. Wenn sie zu diesen Monsteren beraten wird, dann müssen wir mehr Forschung machen. Ja, aber ich glaube, wir sollten erst mal schon damit anfangen, ne? Es scheint, dass wir keine Wahl haben, aber sie zu sehen und die Wahrheit direkt von ihnen finden. Hm, ja, als ob es so einfach wäre. Danke, Leute! So, ja, wir finden sie. Los, dann los jetzt, ja. Voller Tatendrang. Ja, lasst uns das! Wer auch sie ist, wir lassen nicht sie sterben, wie das. Yes. Das ist richtig, ich stehe mich auf! Ja, gut, was sie stresst. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als Stress, wenn sie sich komplett aus der Erinnerung und Existenz löschen möchte, ja? So, wir nicken uns alle zu, eure Herzen sind vereint und wir kriegen nochmal... Achso, nee, doch nicht. Okay. Bestimmt. Ey, das ist meine Freundin, ja? Und das ist dein Munde, Josuke, ne? Du eilst zur Berghütte, um Marie zu retten. Wir sind da! Durch diesen Fernseher kommen wir in den, äh, hohlen Wald. Dann springen wir schnell rein. Bald geht es nicht mehr, oder? Ja, diese Margaret meinte, die Zeit ist begrenzt. Ich glaube, heute geht es noch, aber ich spüre, wie die Welt sich immer weiter entfernt. Äh, warte mal, heißt das, dass wir nicht wissen, was morgen passiert? Vermutlich ja, bis vor kurzem war das noch ein völlig anderer Ort. Es gibt keine Garantie, dass wir morgen hereinkommen, also müssen wir heute etwas unternehmen. Ja, es wird sicher hart, aber wir müssen es tun. Los, retten wir Marie-Chan heute! Äh, ja, dann in die TV-Welt. All right, lasst uns selbst brechen! Yes, los geht's! Ja, schön, dass wir da jetzt auch angelangt sind, ne? Das ist ja schon fantastisch hier. Da ist ja also, die Welt. Oh, es schneit! Ach, du hast recht! Hm, das ist... Das ist kein Schnee, das sind Blütenblätter. Du hörst schon irgendwo eine Stimme. Lauscht! Lauscht! Das passt so ganz gut von der Zeit her. Das passt so ganz gut von der Zeit her. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Offensichtlich, es scheint ja wirklich so ein kleines Taschenuniversum zu sein, also eine kleine, ich nenne das mal, fast so eine kleine Selbstmordzelle, ne? Die sie sich ja aufgebaut hat und wo sie sich vernichten möchte. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Persona 4 Golden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!